Sobald wir Ärger haben, muss ich uns raushauen. Wie in Maribor. Ist das eine Ebel? Erinnerst du dich an Maribor? Eine Ebel und ein Zwerg. Darf ich es wechseln? Kommt drauf an! Zumindest ein Spitzohr. Gerald von Riva, Hexer. Bist du Eveline Gallo, Hermeline? Nur für Freunde. Pluster dich nicht auf, Mehrin. Und du? Red schon. Was willst du? Das kann nur in die Hose gehen. Aber was so ist. Ich möchte unter vier Augen reden. Eveline hat keine Geheimnisse von mir. Und... Und du sollst die Bänke aufbauen. Und zwar jetzt. Aber... Das ist jemand neidisch. Also gut, nochmal von vorne. Was willst du? Ich habe Arbeit für dich. Wirklich? Was für eine? Anonyme Vorstellung. Kein Publikum. In einem gewissen Auktionshaus. Lohn, so viel du tragen kannst. Hm. Wie ein Spitzel siehst du nicht aus. Aber es gibt da... ein Problem. Immer raus damit. Was für ein Problem. Wir... haben eine Vorstellung. Sie ist ausverkauft. Und jetzt ist unser Freund und Kollege Falkenauge Wann irgendwie blind geworden. Hat zweifelhaften Fusel getrunken. Traurige Sache. Aber darum geht es nicht. Aber die Leute warten. Entweder wir finden einen Ersatz für ihn oder wir müssen den Eintritt zurückgeben. Wäre kein Problem, wenn wir das Geld noch hätten. Ah. Mir dämmert, was du willst. Dann komme ich zur Sache. Spring für Wann ein. Dann helfe ich dir. Das kann ich los. durch brennende Reifen springen. Nein. Das machen wir. Nichts schlechter als das. Ich bin nicht schlecht mit der Armwust. Ich mach mit. Klasse. Fangen wir an? Die Leute werden unruhig. Was denn? Sofort? Keine Proben. Was gibt's da zu proben? Du musst schießen und treffen. Und wenn ich nicht treffe? Na schön. Jetzt oder nie. Starten wir. Das gefällt mir. Wer wagt, gewinnt. Geschissen auf die Risiken. Los! Oha. Und nun, gute Leute. Der Kapsgarten. Nicht unterfiegt. Vor euch steht. Geralt von Riva. Schützenkönig von Angren. Dol Blatana. Und Windegarn. Was? Aber ich. Schst, Geralt. Armwust schnappen. Rann an den Speck. Oh nein. Der Apfel schoss. Schieß mit der Armwust auf die Erdfe. Ich muss den Mann erschießen. Er ist gleich vorbei, wenn ich nicht richtig ziele. Das kann ich auch. Wir sind in jedes Rumpfes. Ein falscher Fehler. Die Show ist vorbei. Dann kriegen wir sie nicht. Fehlschuss. Fehlschuss. Verdammt. Der hat auf den Apfel getroffen. Scheiße, Mann. Meine Damen und Herren. Es musste ja passieren. Mit dieser einzigartigen Damen und Herren endet unsere Vorstellung. Auf bald. Verdammt. Wenigstens nicht der Kopf. Wenigstens nicht der Kopf. Überlebst du es? Ja. Ja doch. Geh mir aus den Augen, Trottel. Die Vertretung halt. Tut mir leid. Hab gesagt, dass ich nicht schlecht bin. Aber auch nicht perfekt. Ach, keine Bange. Wann schießt auch manchmal vorbei. Ich fliege Meeren wieder zu Kampfs. Wir hatten fünf. Wir mussten fünf Effert schießen. Es musste rief gehen. Bei einem davon. In der Nähe gibt es einen Kräutergottler. Kennst du ihn? Besorg etwas Schafgarten-Extrakt bei ihm. Oh, ein Geheimnis. Herrlich. Bis später, Hexer. Okay, ich glaube jetzt haben wir beide. Bereite eine abführende Mixtur zu Jeredanschen Soldaten schwächt. Okay. Das muss man wahrscheinlich eigentlich nie machen. Neun bis elf Schaden. Ah, nee. Haben wir schon ein Besserer. Äh, was, was haben wir hier? Handwerk. Da fehlt uns nur wenig. Und dann können wir die Webernhandschuhe herstellen. Ach, das sind jetzt die ganzen Zutaten fehlen. Umgekörperung, Zutaten fehlen. Müssen wir mal Gegenstände sammeln, um hier Sachen herzustellen. Wendeln. Okay, das scheint ein gutes Silber schwer zu sein. Okay, Alchemie. Quests. Reinigungsmixtur. Das müssen wir jetzt herstellen. Anführende Mixtur. Jetzt können wir noch irgendwo Gewürze. Das ist jetzt Blumen sammeln. Das war das, was nötige Zeug haben, oder wie? Okay, gibt es das hier irgendwo? Gibt es da ein Zeichen auf der Karte, oder? Das müssen wir wahrscheinlich herstellen, oder? Ich schätze mal. Quests gegen Schnee sind wahrscheinlich die hier. Größbahn brauchen wir mal. Gibt immer Größbahn her. Irgendwas sagt mir auf dem Sumpf, Das ist das Gebund von dem See. Wie kann man das kriegen? Also hier nicht. Wir gehen mal zurück und finden vielleicht dort den Truhen von unserem neuen Freund gab es einiges ums Haus herum. Jetzt sollten wir da erstmal hin. Mal gucken, ob wir da je wieder zurückfinden. Ohne Quest. Hm. Und das könnte auch kommen los. Hier. Das muss man auch hin. Damit es hier irgendwo eine Schnellreise gibt. Finde ich das noch guter? Okay, hier waren wir uns schon mal. Das kommt mir bekannt vor. Geen Ougebogenist. Da kann man ein Pferd reiten und das Reilen wirft uns ab. Da muss man es ziehen. Ich habe große Hoffnung darauf, dass wir das bei dem... ...den Typen vorm Haus finden. Den Kräutertunter wird es hier so was geben. Wir spielen ja hier nicht pein, wissen wir hier. Die zwei Stunden nach einem einzelnen Pilz oder so suchen müssen. Der Kräutertunter ist doch bestimmt hier irgendwo. Der Kräutertunter. Der Kräutertunter. Hallo. Kannst du mir vielleicht etwas verkaufen? Lass mich mal schauen. Hier, Wolfsband, da brauchen wir was von. Ich gebe gleich acht, falls du was wieder brauchen. Sehr schön. Bis dann. Das müsste doch jetzt... Hier haben wir alle Bücher oder was? Nur die, die wir im Inventar haben oder was? Okay. Alle Teile vorhanden. Ich hoffe, dass es die mixte Uhr, die wir machen müssen. Und das ist der nächste Sender, um die dynamischen Soldaten zu lauschen. Um durch Ochsen fort zu patrouillieren, um die Erfahrung zu... Ah, okay. Haben wir geschafft also. Dann müssen wir die zum Scheißen bringen. Okay, das ist nicht falsch. Jetzt kommen wir zu Fuß hin. Auf dem Ochsenfunkt. In der Stadt selbst werden wir sowieso... besser zu Fuß unterwegs. Deines Gleiten steckt einen an. Wiesmacher rein. Oh! Hier haben wir in Russland geschmiegt. Und dann brauchen wir kein Licht. Jetzt sind wir hier. Schreien nach diesem Gelage in der Taverne. Ach! Ach! Scheiße! Was werde ich von euch erfahren? Haupt... Hauptgefreiter Wenzel? Wie ist dieser Arsch eigentlich bei uns gelandet? Er hat sich freiwillig gemeldet. Er hat sich freiwillig gemeldet. Angeblich musste er die Ärzte bestechen, damit er eintreten durfte. Ist der verrückt oder was? Ganz bestimmt. Nachweislich geisteskrank. Hat wohl die Tests nicht bestanden. Aber Geld zahlen, um in die Armee eintreten zu dürfen. Hm. Ich dachte ich hätte schon alles erlebt. Nichts über den Koch. Wir müssen noch weitere Infos sammeln. Wir müssen noch weitere Infos sammeln. Nehmt der Ecke rum. Krieg wieder unter deinem Stein. Was werde ich von euch erfahren? Dieser, ähm, Horst Borso, die... Hat er eigentlich eine Tochter? Warum fragst du? Äh... Tja, ich denke klar. Wenn so eine Dynastie einzuheiraten... Dann wird ein Leben in Saus und Braus. Ich rate dir, dich lieber nicht für die Bausturis zu interessieren. Warum denn nicht? Das bringt nur Erke, mein Freund. Nur Erke. Hm. Nichts von Interesse. Verdammt. Wie oft müssen wir hier noch lauschen? Sowas von Interesse von... Was werde ich von euch erfahren? Ab dem Busch. Fischeintopf zum Abendessen. Wirklich? Wer hat dir das gesagt? Niemand. Heute morgen bin ich durchs Westo gekommen. Das ist die doch nach Koch. Tomaten haben Peer gesehen. Mit einer Angel in der Hand. So ein Koch ist ein... So ein Koch ist ein echter Schatz. Er jammert nicht über die knappen Vorräte. Er tut was, um unsere Mahlzeiten aufzubessern. Hm, ja, wenn er nur mit dem... Stinger mit dem Busch. Der Peer beim Westo sollte leicht zu finden sein. Ich土ue aus dem Buch schlafen werden. Oh... Ok, ich brauche mal eine frisur. Ich glaube so hatten wir es. Nicht. Ja so war es zwar vorher aber was so ist. Lass mir bitte ein Bart wachsen. Magie. Vielleicht so. Ja mach mal. Bis dann. Wir haben Extinctions drin. Und Bart Extinctions. Und die Haare. Und die kurzen Haare und lange Haare gemacht. Fantastisch. So müssen wir meditieren. Ja das muss doch der, das muss der Koch sein. Da haben wir gerade Fische für das Rezept. Ja. 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 Wie bitte? Ich habe hier diese Mixtur. Ich bezahle dich damit du sie in der Garnison in die Suppe der Jungs schüttest. Auf mein Signal. Ist nichts Gefährliches. Sie werden denken dass der Fisch nicht ganz frisch war. Ja. Das wird teuer Freundchen. Ziemlich. Und wie viel willst du? 500 hat sich bitte nicht. Gut. Hier. Warte auf das Signal. Und kein Wort zu niemandem. Kapiert. Geh jetzt. Wir sollten nicht zusammen essen. Wir haben immer noch. Wie viel haben wir jetzt noch? 16.744. Da ist 500. Ich bitte dich. Wir sind reich. 5. Wir haben sowieso. Wir haben noch etwas auf dem Konto. Von dem. Von dem. Der Zwerg. Zurück des Quartekunders. Der berühmte Gerald von Riemann, du wirst gesticken von deinem Grundschirm. Die random Dialogen hier, die haben wir auch schon so oft gehört. Kleine Abkürzung. Eigentlich fast nicht nötig, aber... Wozu die Leiter neben mir überspringen können. Ist die werte Dame schon vergeben? Ich nämlich nicht. Seit Neuestem nicht mehr. Was? Nicht möglich. Nur eine Idiotin würde einen Kerl wie dich sausen lassen. Ah, endlich sind wir alle hier. Der Zweck und die Elben freuen sich. Dieser Raub ist kein Spaß. Wer Zweifel hat, soll uns jetzt verlassen. Danach geht es nicht mehr. Das Ziel ist das Auktionshaus der Borselis, vielmehr dessen Schatzkammer. Eveline, du gehst durch den Turm rein, wenn die Wache um diese Ecke biegt. Lass ein Seil runter. Wir müssen innerhalb von 5 Minuten drin sein. Schaffen wir das? Reicht locker. Wunderbar. Durch den Turm gelangen wir ins Auktionshaus. Darin erwarte ich keine Wachen. Wenn welche da sind, haben wir Geralt und seine Schwerter. Dann runter in die Schatzkammer. Kasimir springt die Tür auf. Wir gehen rein, holen die Beute und verschwinden hinten durch einen Geheimgang. Das ging mal schnell hin, wenn nichts schief geht. Habt ihr Fragen? In diesem Geschäft ist kein Platz für Freundschaft. Wo ist der Zwerg? Weitere Sicherheitsvorkehr. Fallen. Gibt es da drin sowas? Auf was müssen wir an? Nichts besonders gefährliches. Hier im Erdgeschoss ist ein Seil mit der Turmglocke verbunden. Wenn die einer läutet, sind wir in Schwierigkeiten. Wie sollen wir das verhindern? Indem keiner am Seil zieht. Ich sagte ja, das Auktionshaus dürfte leer sein. Ich rechne nicht mit Problemen. Und die Schatzkammer? Ist die irgendwie gesichert? Selbst wenn meine Mischung aus Salpeter, Chordid und Knallquecksilber... Keine Mischung mit Sieg. Sonst noch was? Gesundem Menschenverstand zu folgen. Dieser Geheimgang. Warum können wir da nicht rein, wenn wir dadurch raus können? Prima Frage. Warum nicht? Jeder Korridor hat zwei Enden, nicht? Wie ein Seil. Bei diesen kenne ich nur das eine Ende, in der Schatzkammer. Das andere liegt irgendwo unter der Stadt, weil ich weiß nicht wo. Mhm. Toll. Ja, aber du könntest. Wenn ich wüsste wo er wäre, bräuchte ich euch alle nicht. Glaubt mir, ich hab ihn gesucht. Oft genug. Sonst noch was? Jetzt werden wir's wissen. Na schön. Nachhinein eine Pfeile tapsen in eine große Pfeile. Ich will das schnell hinter mich bringen. Wir treffen uns irgendwo in dem Turm wieder. Punkt Mitternahm. Ein König in dem Turm sahen. Und jeder passt auf, dass ihm keiner folgt. Ich gebe dem Kochen der Kaserne Bescheid. Was ist mit Masken? Meine Visage ist recht einmalig. Ich kümmere mich darum. Ah, eins noch. Informiert auch nur einer die Stadtwache. Oder wird ihm so friedselig. Töte ich euch. Eigenständig. Wenn du so einen Schiss hast, dass jemand redet, dann gehen wir eben zusammen. Jetzt. Ein Wende? Braucht jemand noch Zeit? Dann mal los. Entschuldigung, du kannst losgehen. Sollten wir ihm nur was aus der Schatzkammer bringen oder sollten wir ihm das Haus besorgen? Was ist jetzt die Quest? Ich habe das in der Erinnerung, dass wir ihm das Haus besorgen sind. Fangen wir an. Großartig. Nur eine Patrouille. Deine Mixtur muss gewirkt haben. Eveline. Bist du bereit? Soll das ein Scherz sein? Na klar. Drei. Zwei. Eins. Go. Action. Das kann so einfach nicht sein. Das würde gar nicht irgendwo das schief gehen. Es muss irgendwie schief gehen. So leicht ist das nichts. Wir haben zwar die Besten, aber... Naja. Scheiß Stadttauben. Wieder alles voll gekackt. Was? Wärm. 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 neutrale Pfeil. Wärm. 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 Und das Seil einholen. Und wenn der Zwerg ist noch dran. Puh. Ich will hier keine Zwergsterben sehen. Wie können wir auch ein paar tolle Sachen mitnehmen? Mein Informant lag wohl falsch. Das ist alles? Ich hab mir fast den Hals gebrochen. Du wusstest, worauf du dich einlässt. Jetzt ist keine Zeit zum Streiten. Was soll man mitnehmen für den Typen? Jetzt nicht, stimmt. Aber wir bereden das noch. Verlass dich drauf. Zur Diensten, Kollege. Eine Wache könnte auch viele mehr bedeuten. Du solltest ein Schwert ziehen. Nein. Und nun? Niemand stirbt. Das hab ich von Anfang an gesagt. Aber jetzt ist ein Schwertzong. Na schön. Zieht eure Masken über, dann gehen wir. Krieg auch eine Maske. Als ob man den nicht erkennt, den Geralt. Reichen Schatzkamm und Killers Options Houses. Okay. Keiner. Also, Wereld Rños Fish